Tralala, ich bin ein blödes Kind, das kann nur mit Sachen schmeißen und in die Hosen scheißen. Mal gucken, wo meine Olle ist. In der Wohnung ist ja alles wie Gewienert, aber die Olle hat ein Partyzelt als Hose. Ey. Wie findest du meine Brille? Scheiße. Vielmann, schlechte Sicht, ist unser Zielmann.